Hier sollte auf jeden Fall eins sein. Hier sofort. Und los. Nur er ist nicht uns. Oh, hier direkt davor ist auch eins. Nicht erst das. Tod und Verzweiflung in euer Stadt. Der Tod ist nur der Anfang. Wo ist mein Avatar? Der sollte mit meinen Titanen heilen. Oh, schon alles tot. Ach gut. Wir sind der Tod. So, aktivieren wir mal das Monument, weil im Augenblick bräuchte ich ja keine Arbeiter. Auf meinem Befehl. Vorwärts. Schnell. Oh, hier, das wird wieder Sport. Zu befehlen. Verstanden. Nicht erst das. Für die Ehre. Also, wir haben beide Rigsherren, die fallen wie die Fliegen. Und verzeilen soll ich täglich. Der Tod ist nur der Anfang. Ja, ja, ich bin schon. Ihr werdet alle sterben. So. Oh, da unten, da steht auch eine ganze Armee. Ihr werdet alle sterben. Euer Blut wird den Boden brennerlich tippen. Lied flieht vor mir. Feindlicher Angriff. Schlagt sie zurück. Gut, wir haben da wieder zwei verloren, deswegen hol ich die Malwege. Wir sind der Tod. Lassen wir sie nicht warten. Nicht erst das. Oh, da oben sind noch... Hier kommt euer Untergang. Mehr Feinde. Ja gut, da ist auf jeden Fall noch ein Ort. Und da. Ich glaube, von da kommen die, die immer hier unten angreifen. Also von hier aus. Was wünscht die Rune? Wird sofort ausgeführt. Die Rune befehlt? Wen soll ich treten? Hier kommt euer Untergang. Hier kommt euer Untergang. Ja. Folgt mir. So, das wievielte Lager war das? Das sechste. Zwei, drei, vier, fünf und sechs. Haben wir bereits verdichtet. Und los. Nor ist mit uns. Bereit. Folgt mir. Gebt euren Befehl. Nicht erst. Hier, sofort. Für die Freiheit. Euer Blut. Zeit zu sterben. Eure Gegendwehr ist vergebens. Ja, das kostet dann auch nochmal ordentlich was an Leuten. Kann aber mal das nutzen, um... ein paar neue Truppen auszubilden. Eure Gegendwehr ist vergebens. Lasst uns kämpfen. Wir sind der Tod. Eure Gegendwehr ist vergebens. Stehe bereit. Gut, du bist da, dann... Wird sofort ausgeführt. Wirf mal Heilung an. Er, Lea hat mich beschworen, Lea. Ja. Ja, he, he. Wen soll ich töten? So. Ja, ja, ja. Was? Da gehen wir mal wieder hier runter. Das war das siebte Lager. Das war das siebte Lager. Lasst uns kämpfen. Nur macht uns stärker, Meister. So, frische Heavox. Halte durch, Männer! Zeitlicher Angriff! schlacht sie zurück zu euren alles klar schließt die reihen ja letzter letztes lager für die macht nors und hier hinten grün nur ist mit uns gebt euren befehl da kommt der nächste angriff ja und dann werden wir sehen was hinter dem letzten steintor liegt oder dem nächsten weil es so aussehen könnte wenn ich mir das so ansehe ja als ob es das letzte ist dass es einmal hier hoch und hier rum geht außer hier ist noch irgend von der abtrennung dazwischen stehe bereit zu befehlen stehe bereit verstanden wird sofort ausgeführt für die ehre 31 für die macht nors und hier noch lasst uns schläft ist nahe für die macht nors bereits folgt mir schnell so für die ehre und ehre für die macht nors also meine nekromatten wieder nor ist mit uns ach ja jetzt ist mitternacht ok dann soll ich treten flieht vor mir auf meinem befehl vorwärts hab ganz vergessen das heißt ja nekromatten stehen immer um mitternacht auf wo ist es denn wo ist es denn iiii jo ja ja die komatte hält fähigkeit um mitternacht aus dem totenreich zurückzukehren das heißt die sind eigentlich untötbar wen soll ich töten ja vorwärts zur ehre aber nicht ich schlake sie zurück was ich 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 Flieht vor mir! Ein ehrloser Hinterhalt! Ja, verdichtet das erste Lager. Das war's. Und da ist es gut. Auf mein Kommando! Zur Ehre Aonius! Ja, jetzt fängt den untoten Ries und holt seinen Ravau in den Lager. So, das ist endlich erschienen. Und müsst ihr von den gestohlenen Ravau in den Ring und den Agamuten bringen, damit er ihn der Erde zurückgeben kann. Äh, so tat kein Gok. Na doch. Eine Schädelmünze. Adekopuppe des Torwächters. Runexalla. Ein Herz. Eine göttliche Heilung, die uns nicht viel bringt. Und der Lavarubin. Was? Ah, ihr seid es. Ja. Surt ist besiegt. Hier ist der Lavarubin. Ihr seid ein guter Kriegermensch. Ich wünschte, ich könnte eure Taten noch mit meinen Augen miterleben. Berichtet von dem dritten Fluch, Agamon. Oh, das ist ein Geheimnis. Ihr habt mich auf diesen Pfad geführt. Jetzt bringt es auch zu Ende. Ach, mein Gedächtnis, ich kann mich nicht erinnern. Nur das weiß ich. Diebische Kreaturen stahlen Uthor immer wieder Wasser und Fleisch und machten ihn damit sehr zornig. Aber eines Nachts lauerte er ihnen auf und schleuderte seinen dritten Fluch auf sie. Und was war der Fluch? Mehr weiß ich nicht. Diesen Teil erzähle ich so selten. Ihr, ihr werdet es selbst herausfinden müssen. Straft die Diebe und der Fluch wird vergehen. So. Vorwärts. Sofort. Okay. Warum liegen hier tote Ordensritter? Ja, hier im Kreaturen. Das war's.